Hier in der Schut, mir nicht. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Sie will nicht loswerden. Du magst es immer an Kleinigkeiten. Ich habe es gemerkt beim Fernsehen gucken. Früher, wo wir Anfangszusammen waren, haben wir geguckt, verbotene Liebe, dann Sturm der Liebe und seit drei Monaten gucken wir, Tiere suchen ein Zuhause. Sag, Schatz, du willst mich loswerden? Was suchst du denn? Sag, ich such einen, bei dem hier am Anfang eiskalt der Rücken runterläuft, dann immer wärmer wird und am Schluss ganz heiß. Sag, du brauchst keinen Mann, du brauchst einen Durstlauber-Hitzer. Nein, sagst du, ich brauche einen Mann, der romantisch ist. Lad mich doch mal ein zu einem Abendessen, einen Kerzenschein, zu einem Candlelight-Dinner. Das habe ich gemacht. Das war dann auch wieder mit wichtig. Ich meine, es sah auch blöd aus, wie wir da mit zwei Kirchner saßen bei McDonalds.